Wow 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 und damit willkommen zu League of Legends Wild Rift. Das Video ist gesponsert von Google Play und ist Teil der diesjährigen Play On Kampagne. Deswegen vielen lieben Dank einmal an Google Play für das Sponsorn des Videos. Falls ihr das Spiel natürlich testen wollt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe LOL ein paar Jährchen gespielt, aber das ist auch 7, 8 Jahre her mittlerweile. Deswegen erwartet kein Skill, aber wir hatten richtig gute Runden. Das Gameplay ist wie bei League of Legends nur natürlich auf Mobile zugeschnitten. Es funktioniert mega gut, allerdings könnt ihr euer Inventar von LOL nicht auf die Handy-Version übertragen. Trotzdem kann ich es euch nur sagen, probiert es aus. Man schaltet auch ganz schnell ein paar Champions schon frei. Und was ich mit am besten fand, ist, dass die Games gerade mal so 15, 20 Minuten lang gehen. Man kann sich nach dem Tutorial auch erstmal ein Champion zum Beispiel noch aussuchen. Man hat bestimmte auch schon so frei. Ich habe das zusammen mit Lucas, Johnny, Sola und Maudado gespielt. Leider ist meine erste Aufnahme kaputt gegangen, deswegen ist jetzt nur Maudado in der Aufnahme. Aber trotzdem laden die auch was dazu hoch. Also gerne bei denen vorbeischauen. Wie die Leute, die LOL noch nie gespielt haben, es gibt eine Top-Lane, Mid-Lane und Bot-Lane. Die seht ihr hier wie eingezeichnet. Die Aufgabe ist es einfach nur den Nexus, das links unten oder rechts oben, vom jeweiligen anderen Team zu zerstören. Ich spiele zusammen mit Maudado auf einer Lane und ich denke, das reicht so als kleine Erklärung. Der Rest ergibt sich von selbst. Und dann viel Spaß. Wow, 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 wow. Wir sind eigentlich in-game? Ja. Die Map ist richtig rum. Ich bin der Steinexpedit83 und ich gehe mit Fufu auf die Bot-Lane, der Futeu-Supporter-Blitzcrank. Hast du schon mal einen Stein gegrabt? Darf ich mal einen Stein grabben? Ja, klar. Dieser Minion war aber im Weg. Vorsicht. Ja, ich bin vorsichtig. Ich habe die nur ein bisschen angehittet. Ah, jetzt ist sie da. Oh, schade. Genau dann. Achtung, Wirbelsturm. Tornado. Komm. Ah, ich habe gehofft, dass er genau dann stirbt. Okay, okay, okay. Das wäre so schön gewesen. Ich krieg's den aus, den haben wir. Hallo. Ich bin ein bisschen low, du musst ein bisschen alleine campen. Und dann komme ich nach. Ich harass sie jetzt einfach nur, dass sie nicht mehr reinkommt. Ja, huck die, huck die. Ja, perfekt. Haben wir. Go. Kriegst du ihn. Sehr gut gemacht, alter. Jetzt läuft's. Jetzt müssen wir alle töten. Ich muss mir noch die Wave und gehen dann base. Blitzcrank ist so ein witziger Champ. Ja, Blitzcrank ist echt lustig. Mein Minion. Was ist das eigentlich hier? Hast du diese Vail-Vail-Vail-Vail-A-Gesehen? Boah, das war wieder sehr gut. Nur habe ich meine Fallen verkackt. Blitzcrank lacht so weird. Ja, hä, ist ein Roboter. Was erwartest du von ihm? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall einen dicken Item-Vorteil jetzt auf der Botlane. Mundo ist auch da in der Nähe. Vielleicht will er ja mal kurz vorbeikommen, Hallo sagen, ein bisschen Gegner abschlecken oder ihm ein paar Aktien verkaufen oder er rennt weg. Guck, 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 guck. Ja, sehr gut. Haben wir. Da ist er doch. Oh, kann ich lachen. Oh. Ja. Alter, hupen, was geht ab? Er hat keinen Assist mehr bekommen. Die Hooks sitzen ja. Ja. Wenn die Gegner nicht wissig bewegen. Gefahr. Gefahr. Glaubst du, die kommen noch? Ja, die müssen halt erstmal jetzt loslaufen. Wir könnten... Ich hab Jenna. Oh mein Gott. Oh. Komm, jetzt kriegen wir die. Oh, du bist sehr low. Ich stell mich vor sie. Ich schlag sie ein bisschen an. Mach mal da weiter. Nö, ich glaub nicht. Wenn sie nur auf dich geht, kann ich ja raufschlagen. Ah. Der macht gar keinen Schaden. Ist im River auch so eine Naschpflanze? Ich würde gern Nasch. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Aber ich hab Ash. Blitzcrank ist halt so nervig. Kriege? Nee. Sind du bereit? Ich wollte die... Ja, okay. Wir können auch. Oh, wenn du was triffst, bin ich ready. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist los mit dir? Wie rasieren die ja alle nicht. Ich hab richtig Bock. Merkt man irgendwie. Und dreijährig. Ich hab Jenna. Oh mein Gott. Wie schön. Es klappt einfach. Wir sind einfach... Schon fies irgendwie. Die Mega-Killer. Einfach so mega-Mobbing. Ah. War man meint. Tower. Wirtblatt Tower. Und dann gehen wir. Wunderschön. Das bei fünf Minuten erst mal in der ersten Tower. Okay. Ja, das Spiel. White Lift läuft... White Lift läuft ja auch schneller ab als normales Lied. Ja. Warte, ich brauche ein bisschen weiter. Allein, dass die Minions irgendwie Sekunde fünf spawnen, ist schon krass. Ja, man kann nicht mehr invaden. Ich hab's bis jetzt noch nicht probiert. Wenn man direkt losläuft... Du müsstest halt so Speed machen. Speed invaden. Speed run. Das mach ich. Renn. 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 Ich bin tot. 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 Warum hast du geschossen? Hä, was? Wie hab ich das geschafft? Wait. Ich hab noch ein Kill gemacht. Hä? Ich hab die Wölfe getötet. Und die sind alle Botlane. Was wollen die da? Warum wollen die den Tower so hart haben? Ja, die wollen von uns gleich getötet werden. Das ist aber Lux noch. Ja, ist okay. Oh, Jenna. Da sind aber alle. Ich hab Old. Ich hab Old. Komm her. Oh, schön. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir sind unbesiegbar. Ja. Ah, du heizt dich jetzt auch endlich. Naja, ich hab noch kein Heile-Item, aber passiv. Gibt's keinen Bloodstask oder so? Ja, doch, aber den hab ich noch nicht. Jenna. Oh, mein Gott. Hey, du bleibst hier. Lass mal mal da, du. Ich hab ihn exhausted. Ja, ist gut. Sehr gut. Schön. Oh, die Ash will nicht mehr leben. Ich hab die Tower. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was passiert hier? Ausgeglichtes Team, würde ich sagen. Wir haben 15 Kids bis jetzt gewonnen. Ah, verdammt. Ja, ich greif mir den Tower an. Tschüss, Mondano. Ich will nicht sterben. Ja, ich greif mir den Tower an. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh. Ich will nicht sterben. Ich will keinen Tod haben, dieses Game. Ah, ich hab schon zwei. Ich hab null. Aber 13 Assists. Bei der Mitte passiert ja gar nichts. Nee, der Gym ist aber auch nicht mehr in der Mitte. Dann machen die Nashor. Ich will kill es. Bin ich da. Warum ist die nicht zurückgegangen? Ich hab's so erwartet. Nein, dann charge die nicht an. Danke. Du bist der Fufu. Wir machen die weg. Du darfst nicht anchargen. Nicht an meinen. Oh, da, du. Steinexperten. Ja. Ich hab Lux bekommen. Oh, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ah, ich will nicht sterben. Ja, aber. Okay. Okay, vielleicht über drei Fall. Überlebst du noch? Ach, oh Gott. Oder, Ado? Ist wie? Ja, schön, schön. Ich glaub, die hat einfach aufgegeben. Oh. Hallo, Ash. Ja, oh mein Gott. Ich glaub, die haben alle aufgegeben. So nach und nach. Ich kann dir nicht helfen. Alles gut. Triple kill. Golden. Oh, Laser. Gold-like. Oh, okay. Okay, 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 okay. Da war ich. Da war ich. Sorry. Ich geh dann mal. Kommst du weg? Okay, sehr gut. Solange du nicht stirbst, ist alles gut. Ich hab leider kein Mana mehr gehabt. Das ist dieses Adrenalin. Das bringt mich einfach zu dem Ding. Ich kann mir so viel kaufen. Ich weiß nicht mal, was ich mir gerade gekauft habe. Alles. Ich kaufe mir überhaupt mal das, was vorgeschlagen ist. Ja. Bisschen, ich bin so Blutwürste, aber ich bin so vorgezogen. Ist es schon vorbei? Ich glaube, oder finischen die nicht. Schießt noch meine Rackine los. Ja. GG, boah. Oh, die Rackine. Kommt die noch? Ja, die ist perfekt bei mir lang geflogen. Ah, die war immer schon vorbei. Ah. Das war eine wunderschöne Runde. Ich hab Blitzcrank. Macht ja keinen Unterschied. Ah, ich hab leider mein E nicht aktiviert. Irgendwie, vielleicht krieg ich ihn gleich. Charge! Dann haben wir. Sehr gut. Ich stell mich immer dazwischen, dass er dich nicht grabben kann. Du kriegst Maulado nicht. Ich hab in sechs Sekunden leider erst. Renn, 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 renn. Achtung, der kann dich unter den Tower hucken. Ich hau mal einen Ward hin. Ja, ich würd gern, vielleicht aus dem River noch so ne leckere Pflanze oder so. Ja, da ist jemand. Hey. Ach, das ist ein Fremder. Irgendwie hab ich's nicht so damit. Zu erkennen, befreund und feindlich. Nein, du bleibst weg. Ich bin jetzt laut. Ha, meiner. Das hast du dir verdient. Danke, danke. Ich hab sehr hart dafür gearbeitet. Ach, hmm, schade. Vorsicht. Haben wir. Oh, hier. Oh, jetzt kommen alle. Das ist seine Lane. Er darf jetzt ein. Hallo. Aber da sind drei. Das ist auch Jin. Jin ist nicht in unserer Lane. Doch. Jim gehört zu unserer Lane. Ach so, was, das stimmt. Hey, ich hab Jin. Jetzt gehört er nicht mehr zu unserer Lane. Oh, Jim ist tot. Nein, ich komm nicht an hier ran. Oh, schön, 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 schön. Ich müsste ganz viel AP einfach, dass ich alles One-Shotte vielleicht mit einschlagen. Ja, ja, du kannst echt AP bauen, in der Theorie. Das ist ganz schön lustig. Dann platzen die Gegner einfach nur. Hey, ich hab schon wieder Jin. Ja, nicht zu unserer Lane gehört mehr. Oh Gott. Der arme Typ. Warum ist der Reihe hier ran? Ich versteh's halt nicht. Ich glaub, rennen die alle auf K? Mittlerer Turm. Wir müssen mit dir helfen. Ja, ja, ja. Vielleicht hast du noch eine Pflanze irgendwo. Vielleicht noch nicht. Nee, wenn wir sterben, dann ist es halt so. Ha, Speed. Miner. Komm her. Oh, den hab ich mir gesleckt. Den kriegst du nicht. Aber ich hab noch einen Assist bekommen. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich minimal tanky bin gerade. Alles klar. Bisschen Damage hast du. Die Ult skaliert halt im Save mit AP. Und die hat ja gar keinen Cooldown. Das ist halt auch das Harte. Oh, Jim, 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 Jim. Hol ihn dir. Komm, komm her. Slow ihn. Ich hab noch keinen Ult. Ult ihn. Okay, er gehört hier. Du musst, du musst. Nein, das ist deiner. Nimm dir den nicht. Ich hab den, ich hab den Damage nicht. Was ist das? Vertrau dir. Nope. Ich seh dich. Sorry, wir haben ihn kommen lassen. Aber dafür holen wir die anderen. Dafür hab ich mir den Ding geholt. Kill CQ. Oh, Vorsicht. Du bist alleine gegen drei. Ja, ich bete die, ich bete die. Ich hab sie. Ja, guck. Ich hab mein Ulti noch. Ah. Wunderschön einfach. Mega gut. Ja. Lol. Hey. Oh. Oh, ich hab so viel Geld. Ich geh noch einmal base. Oh, du hast viel Schaden genommen. Ja, Schaden, Schmaden. Mein Kill. Ha. Du bist ein Legendär. Mein Kill. So. Ja, eigentlich können wir jetzt finishen. Bleib stehen. Ja, wir haben ihn. Und jetzt noch den Graves diben, so. Oh Gott. Oh Gott. Das tun wird wehtun. Ne, irgendwie, irgendwie ultet die nicht. Genau auf der Linie geblieben. Äh, ich bin tot. Ne, ne, ne. Oder auch nicht. Bye. Der vom Schuh und dich. Danke. Maudato. Ich bin fast voll. Und Grab auf Lux. Hallo Lux. Schau mal, ich mach Schaden mittlerweile. Ja. Pufu, einfach nur krank. Ich one-shotte halt. In viel Lux einfach. Oh, absolut verfehlt. Was ist das? Was dreht sich da? Ach, da tippiert jemand hin. Uh. Ja komm, töten wir die anderen nochmal. Ja. Nein, ich finische. Nein, ich finische. Nein, das ist nicht mehr. Nein, ich finische mal hin. Wow, 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 wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur eine Sekunde. Vielen lieben Dank nochmal an Google Play für das Sponsoren des Videos. Falls ihr es jetzt auch mal testen wollt, der erste Link in der Videobeschreibung geht da hin. Schaut auch gerne bei den anderen vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir haben auch alle ein anderes Video hochgeladen und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.